Hallo, ich möchte mich das erste Mal wieder nach Frankreich. Im Großen und Ganzen war das nicht sehr positiv. Ich habe am späten Montagabend, die mich irgendwas gestochen haben, und habe so einen schweren Brechdurchfall bekommen. Ich habe dann für mich entschieden, ich brich die Tür ab und reise von Mittelfrankreich an und vor Heim gehe ich zu einem Doktor, lassen wir das anschauen, weil mir ist es wirklich nicht gut gegangen. Mir ist das ein Wespenstich oder ein Bienenstich, ich weiß nicht, weil das hätte ich mitgekriegt. Ich habe einen Platzwechsel gemacht, stehe auf, BAM, voll um wie ein Stückchen Holz. Das nächste, was ich gewusst habe, ich habe ein bisschen was erbrochen, Flüssigkeit. Ich habe mich dann zwei Stunden niedergelegt und habe mich dann am Heimweg gemacht. Resümee von Frankreich, knappe 2800 Kilometer, um ein Sonntag ein paar Stunden gefischt, Montag ein paar Stunden gefischt und Dienstag war ich wieder daheim. Jetzt fische ich in Österreich, wieder auf dem Privatwasser, bin zu runtergekommen. Zwei gute Freunde haben gemeint, mach das. Ja, jetzt Zeit bis Mittwoch, die Ruden lingen alle. Ich fische das mal ganz allein wieder. Mal schauen, was kommt. Ich muss einige Dinge probieren, ein bisschen filmen wäre. Frankreich ist nicht abgehackt. Wir sind im September unten, der Josef und die Anlage der Sainte Kassien. Und da greifen wir wieder an. Ja, wer nie eine Reise tut, den kann sowas nicht passieren. Ist nicht so schlimm. Oder ein bisschen Geld kostet. Wurscht, ist unser Hobby. Also, ich möcht mich von Zeit zu Zeit, falls irgendwas gehen sollte. Bleibt dran. Yes. Oh yes. Im Feuerring. Aran. Ob meine, ob meine der Letzten verbleiben, wir müssen noch im Wasser. Auf die Säbe kommt der Drucker. Ich hab sonst keine mehr im Wasser. Und dann so ein herrlicher 50 Kilo Fisch. Jawohl. Das ist Fischen am Hausgewässer. Sensationell. Taukt mir. Das euch. Das habe ich besiegt. Herrlicher Fisch. Ich schau mich, wenn ich ihn noch nicht sehen kann. Mit einem kleinen Bauch. Ah. 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 Herrlich. Sensationell. Taukt mir. Ah. Ah. Naja. Guten Morgen. Die Nacht war ruhig, weil ich ruhe nasser Zeit habe noch die zwei Gewitter. Und noch die zwei Fisch. Mein Auslöser ist mir eingegangen. Mein selbst als Fernauslöser, weil es zu nass war. Ja, aber der erste guten Morgenfisch ist da ein herrlicher, knappe 10 Kilo Schuppe, auf einen Doppelsenker, auf einer harten Stelle. Wir sind dabei. Ich kann am Morgen schöner beginnen, mit so einem herrlichen 15 Plus. Das Hauswasser beschenkt mich wieder. Ich habe schon einige Fische gefangen, aber das ist ein kleiner. Ein kleiner. Ein kleiner Blumzebär. Ja, jawohl. 15 Plus. Ich bleibe jetzt noch ein bisschen da und dann schaue ich mir die Donau an. Weil was soll jetzt noch schief gehen? Jawohl. Vielen herzlichen Dank. Das habe ich gebraucht. Bis später. Ja, wow. Das ist ein Herz. Nein. Das shut ich jetzt mit mir. Aber was soll jetztのは? Vielen Dank.